Meine Lieben, willkommen zu einer neuen Runde bei Daylight. Wir sind heute mit Lori unterwegs und... Äh? Okay. Wir sind mit Lori unterwegs, es ist die korrupte Intervention drauf und wir haben The Daily. Hallo, hallo. Wir sind The Daily, wir sollen mit Lori entkommen. Äh, ja, meine Lori war auf Level 1 und ich habe jetzt gerade 800.000 Blutmunk rein geballert, die ich mir mühselig zusammengespart habe. Damit ich da ein paar Perks, die hier irgendwie nützlich sind, zusammenbringe. Ähm, ja, dann dabei Leichtgewicht, Vorwarnung, Einfühlungsvermögen und den Kreis der Heilung. Und, ja, es ist immer noch Event, es macht immer noch komische Geräusche. Und richtig geil in der Punkt in der Runde sind 5 Torten gejobbt worden. Mit jeweils 106% Blutpunktebonus für alle. Äh, da bin ich mal gespannt, wie dann der Killer drauf ist, wer der Killer ist. Doch, wie die Runde denn ausgeht. Ich sitze jetzt mal hier. Das hört sich gerade nicht so gut an. Ich kann beide Eingänge sehen, das ist schon mal gut. Ich habe zum Terroradius auch nicht erkannt, wer es ist. Wir haben ja so viel geändert. Erste Person verletzt. Dorthin. Einfühlungsvermögen ist schon klasse. Man zieht halt die verletzte Kollegen hoch. Eier. Oh, sorry. Na ja, vielleicht hat es geholfen. Falle, das ist so. Nicht hierher. Ja, der wird immer noch gehört. Ja. Nächstes Fall hat er umgenudelt. Taschenlampe. Zwei Taschenlampe sind in der Runde. Er hält sich aber ganz gut. Ich hoffe, da kommen die Früger-Videe und trübsch hier runter. Ja, na klar. Ich bin fast fertig, Junge. Oh, Ghostface. Das war jetzt ein richtig guter Treffer. Gibt es jetzt hinter mir? Nee. Durch Fleischgewicht sind meine Spuren schneller weg. Ich warte jetzt mal, wo der Gute hingebracht wird. Ich hoffe, da unten ist nicht der Keller. Ach, da läuft die Taschenlampe. Und er wird gedroppt. Warum auch immer? Komm her, Junge. Komm her, komm her. Lass dich heilen. Alter. Okay. Äh. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Nein. Aua. Lass mich in Ruhe. Er läuft wieder zurück. Okay. Er wird wieder aufgehoben. Und der ist runter. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob er jetzt wegen dem Events ein bisschen freundlicher spielt oder nicht. Da drin ist ein Generator. Da ist es. Was ist das? Einladen. Ich habe es immer noch nicht so ganz kapiert. Für was das gut ist. Naja. Dann gehen wir mal den David. Nur den David. Ich brauche einen Trudamm zum Segner. Da kein Maid in der Nähe ist zum Heilen. Ich brauche einen Trudamm. Da ist ein Maid. Ich hoffe, du heißt mich auch gleich. Bitte. Danke. Hallo. Ich bin verletzt. Dankeschön. Da eiert noch ein Survivor rum. Kommt aber nicht. Huh. Ghostface. Puh. Und natürlich laufe ich in den Keller. Ich bin hier in einem Gebiet, das nicht gut für mich ist. Und jump. Guckst du, ist es immer noch da. Hau ab! Oh Gott, David. Oh shit. Ja. Es muss aber liegen. Oder? Ja, hat den David gehört. Äh. Taschenlamper. Nein, das war mein Gesicht. Wo willst du hin mit mir? Ich hasse, diese neue Wickeldings. Das ist so kacke. Komm schon. Scheiße. So ist sowas von knapp gerade. Ach, wir haben den David hochgehoben. Und klar, ich lande am Haken. Wie soll es auch anders sein? Möge mich bitte jemand retten. Das wäre ganz nett. Und direkt hochheilen. Wäre auch ganz nett. Ich habe immer noch Terrorreifes hier. Oh, warum nudelst du die Palette um? Hol mich vom Haken. Was ist mit dir? Ja, spiel mit Ghostface. Hast du geliehen? Ah, nein. Hat sie nicht. Mädel. Ja, jetzt hat er getunnelt. Dankeschön. Das ist ganz lieb von dir, Ghostface. Ist hier irgendwo ein Fenster? Ah, nein. Hier ist kein Fenster. Oh, das ist auch eine Kacke. Aber auch. Lass mich. Lass mich. Du musst jetzt nicht tunneln. Komm schon. Warum wird der jetzt so grausam mitgehen? Wieso schaffe ich das denn nie? Ah. Da hinten sitzt die Olle mit der Taschenlampe. Los, das ist auf jeden Fall. Tarnmodus. Wir sind jetzt in der zweiten Phase. Klasse ist das. Ich steh drauf. Ich steh drauf, wenn getunnelt wird. Ich muss mal ne Deli machen. Ich muss die Flory raus. Ich hab keinen Plan, wer der Typ ist. Also ich ihn nicht sehe. Ja, du schon wieder. Danke. Okay. Okay. Das Geräusch sind die Säulen. So heiße ich mich jetzt. Bin nämlich sonst tot. So. Vorwarnung schlägt mich an. Das ist vielleicht ein gutes Perk jetzt für die Runde. David wird gejagt. Wenn ich nämlich normaler Marken bin, bin ich der gut. Und das ist nicht so geil. Komm her. Okay. Kann nicht. Einer noch. Einer noch. Einer noch. Uh. Da kriegen weit. Das ist gut. Na, was willst du? Willst du jetzt geil werden? Oder du willst du nicht? Ja. Komm her, du Nudel. Wollen wir mal ein bisschen umsehen, denn dann nehme ich Barbecue-Ratzinger gearscht. Die geht retten, glaube ich. Oh. Da hinten ist das Tor. Nice. Vielleicht kriegen wir unsere Daily doch noch viel. Okay. Ich sehe auf jeden Fall keinen Kuss für das. Ist der jetzt fangen wir oder nicht? Aufgemacht worden. Ich habe leider keine Ahnung, wo der zweite Ausgang ist. Ach, da hinten. Da ist aber nicht offen. Dann gehen wir hier mal ran. So. Falls Ghostie in der Nähe ist, sollte er ja mal uns die Vormatung anschlagen. Aber es sieht so aus, als würde er es ausschaffen. Yeah. Gehen wir durch. Tschüss, Leute. Ich warte nicht auf den Kinner. Das verstehe ich nicht, warum die Leute das immer machen. So. Tata. Erste Runde mit Laurie. Und direkt bestanden. Und komme und überlebe. So. Punkte. Müsste jetzt richtig, richtig geil sein. Boah. Ging so. Für das, dass das da jetzt... Ah. Ja. Das war's jetzt. 145.000 Punkte. Leute, nutzt das Event, nutzt die Kuchen. Da. Eins, zwei, drei, vier. Und da kommt dann gleich der Fünfte. Sobald die anderen zwei raus sind. Wo sind die? Die ärgern noch den Ghostface. Der gerade aufgegeben hat. Ja. Was machst du denn? Geh doch raus. Ernsthaft. Ich wär's dir erst so vergönnen, wenn der dich jetzt noch umballern würde. Dafür. Ah. Ja. Du hast raus. Du bist gleich tot. Ja. Sehr schade. So. Und wo ist die fünfte Tour denn? Da ist. Oh. Geiselhagen. Tüftler war's. Okay. Korrupte haben wir gewusst und den Ruf der Knotenschleister. Ja. Ein gutes Pöppel. Ja, Leute. Das war's dann auch schon wieder. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben. Dann lasst mir gerne ein Kommentar hier. Dann lasst mir auch gerne ein Abo. Darüber freue ich mich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.